Na, das ist auch nicht so leicht. Okay, du kommst wahrscheinlich hier hoch, ne? Du kommst hier hoch. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu XCOM 2. Mein Name ist der Ad von den Gaming.TV. Zu einer spannenden Mission. Unser Präzisionsschütze hier hat den Typen aufs Korn genommen. Ob er den trifft oder nicht, das werden wir gleich sehen. Denn wir sollen eigentlich eine VIP hier rausgeleiten zu einem Evacuierungspunkt. Das versuchen wir in dieser Mission. Aber erstmal versuchen wir natürlich hier den Weg freizuräumen. Versuch mal dein Glück. Komm schon. Ich weiß schon nicht, wie er den treffen will, aber na gut. Tatsächlich, er trifft ihn. Sauber gemacht. Guter Junge. Hervorragend. So, jetzt können wir weiter vorrücken. Zumindest mal versuchen. Kommt der hier hoch? Oder gehen wir lieber unten lang? Wir gehen da hin. Versuch mal dein Glück. Wie sieht es denn hier aus? Hoch gehen oder unten bleiben? Ich entscheide mich für... Hier. Gucken, ob da irgendwas sich tut. Ich denke mal, das war es noch nicht. Das war es noch nicht. Kann es noch nicht gewesen sein. Also, es wäre schon... ... bisschen zu einfach. Ich finde mal Feuerschutz. Hallo, zeig euch! Nee, lieber nicht. Ich würde ganz gerne einfach nur durchkommen. Okay, geh du da hin. Geh du das! Feuerschutz, bitte. Okay, du bist da. Du gehst jetzt mal da hin. Wechselposition. Feuerschutz, bitte. Biete Feuerschutz. Und unser... ... unsere VIP... ... gehst da hin. Entdeckung, bitte. Oh, und er hier... ... versucht sich jetzt mal da hinzuschlagen. Bin dabei! Zack. Hoch geht er. Da hat er zumindest mal einen Überblick. Wieso ist das jetzt explodiert? Da oben hat er keinen... ... keinen Schutz. Das Haus brennt. Achso, deswegen. Okay. Ähm... ... schlechte Nummer hier. Neh mal da hin. Ich bin all over it. Bingo. Ich habe die Forse auf dem Boden. Ah, wieder... ... wieder so viel. Und mit einem Arche und das ist nicht gut. Okay, ähm... ... 39 Prozent. Das ist ja ein Witz. Plasma schaffst du auch nicht. Okay. Ähm... ... Sturm und Schuss. Wir können uns bewegen. Wir bewegen uns mal... ... da rein, wer Wahnsinn. Dahinter. Copy that. Und, äh... ... Plasma-Granate. Versuch mal, den da wegzurotzen. Vielleicht schaffst du es ja. Ah, hat ihn gut zugesetzt. War schon gut. Okay, er ist wieder im Kampfrausch. So, das geht nicht. Ich muss mal versuchen. Sturm und Schuss. Ach, komm. Geh du dahin, dann habe ich ihn flankiert. Das reicht nicht, oder was? 75, 83. Sehr gut. Weggekrittelt. Hervorragend. Okay. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Okay, ja, ja, ja. So, jetzt versuchen wir uns mal da hinzuschlagen. Wechsle Position. Zeig mal, was du kannst. 67 Prozent. Versuch dein Glück. Wir probieren es. Es geht hier. Sauber. Sehr geil. Hat getroffen. Hat nicht ganz gereicht. In Ordnung. Sprengschuss. Ähm. Gasgranate. 53. Versuch mal da die Deckung wegzuballern. Hast du getroffen? Hast du was gebraucht? Gar nichts, oder? Okay, da ein. Okay, du hast noch gar nichts im Visier. Geh mal ein Stück vor. Kannst du jetzt was machen? Ja, sehr gut. Ein erledigt. Hervorragend gemacht. Vergiftet, gut. Gucken, was er macht. Ach komm, hör auf zu meckern. 72 Prozent. Aber eventuell kannst du ja was machen. Versuchen wir es mal mit dem hier. Glitschnelle Hände. Vielleicht reicht es ja schon. Sehr gut. Der ist hinne. Okay, ähm. Geh mal weiter. Stolenfeuerschutz. Das hat doch wunderbar funktioniert. Du gehst da. Du gibst hier. Feuerschutz. Komm, gehst du sie. Venom. Geh da hin. Alles klar. Oh, du musst nachladen. Okay, du gibst nochmal Feuerschutz. Du bleibst hier stehen. Tja, da oben ist das die Evakuierungszone. Wenn die natürlich jetzt angeschissen kommen, haben wir ein Problem. Hm. Na komm. Spurte los. Okay, der kann nicht wirklich sich bewegen. Geh hin, das Auto. So, Renegade gibt wie immer Distanzschutz. Okay. Geh du da hin. So, du. Bleibst hier bei Feuerschutz. Wir versuchen jetzt mal da hin zu gehen. Das lass ich mir nicht zweimal sagen. Mastermind. Kommt jetzt dorthin. Stinger. Alles nur so kleine Pimmeldeckung. Das ist schlecht. Geh da hin. Ja, die VIP. Was steht da? Superstar. Was war das? Hab ich das richtig gelesen? Superstar. Kann das sein? Naja, er schafft es nicht ganz hoch, ne? Das ist... Okay, wir... Ja, was machen wir? Hm. Das gefällt mir gar nicht. Geh da hin. Ich muss die Gutten natürlich jetzt auch so positionieren, dass... ich mit denen auch in der nächsten Runde möglichst wegkomme. Okay, bin unterwegs. Na, das ist auch nicht so leicht. Okay, du kommst wahrscheinlich hier hoch, ne? Du kommst hier hoch. Okay, du kommst hier hoch. Okay, du kommst hier hoch. In Ordnung. Ähm... So, der nächste, bitte. Dorthin. Stepping off. Ja, du hast Sendepause. Ja, du gehst. Hoch. Dorthin. Sicher Start. Nein, wir wollen die immer noch nicht. So, Mastermind rückt dort vor. Er schafft es eh nicht ganz. Nein, immer noch nicht. Feuerschutz. Unser Superstar, VIP, irgendwas. Der geht schon mal hoch. Der kann sich schon mal safen lassen. Da haben wir schon mal ein Teilziel erreicht. Ja, du. Weg. VIP in Sicherheit und bereit zur Evakuierung. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch den Rest nachziehen. Hier ist Firebrand. VIP ist in Sicherheit. Ja, du kannst... Du gibst noch mal Feuerschutz. Biete Feuerschutz. So, haben wir dann alle durch? Okay. Zug beenden. Evakuieren. Let's go. Wenn du hochkommst, wäre super. Ja, schafft sie. Sehr gut. Getting it done. Sieht sehr gut aus. Sieht nach einer perfekten Runde aus. Evakuierung, bitte. Getting it done. Na ja, gut. Da haben wir noch irgendwelche Leutchen hier unten stehen. Ich will erst mal die hier in Sicherheit bringen. Das geht mir auch so ein bisschen auf den Puffer, ne? Ich bin schon dabei. Dass man ständig diese Ebenen durchwechseln muss. Bisschen nervig. Genau, rechtzeitig. So. Hopp. Du kannst dich auch evakuieren lassen. Okay. Du bist auch safe. Sehr schön. Schon unterwegs. Genau. Sehr schön. Nichts wie weg. Und du auch. Sieht sehr gut aus. Genau. Sehr gut. Ich glaube, das war's. Markelos. Perfekt. Sehr geil. So muss das sein. Sehr geil. Trefferquote 100%. Wahnsinn. Das lief richtig gut. Alle sind happy. Sehr schön. Das ist der Hammer, dass wir das geschafft haben, ohne großartige Probleme. So. da landen sie. Und wie es mit unserem Trupp weitergeht, was für eine neue Mission wir bekommen, das sehen wir in der nächsten Folge von XCOM 2. Seid wieder dabei. Schaltet ein. Lasst ein Däumchen da. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich bin für heute raus. Euer Ed von Edgaming.tv. Bye bye. Es geht weiter. Musik 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 Musik